Jetzt ist es offiziell. Christine Lambrecht hat den Bundeskanzler und Parteikollegen Olaf Scholz um ihre Entlassung gebeten. Von vielen Seiten gefordert, habe ich so schnell nicht damit gerechnet, wenn ich ganz ehrlich bin. Ihr Rückgriffsgesuch geht aus einer Erklärung hervor, die der Deutschen Presseagentur vorliegt. Darin heißt es, die monatelange mediale Fokussierung auf meine Person lässt eine sachliche Berichterstattung und Diskussion über die Soldatinnen und Soldaten, die bundeswehr- und sicherheitspolitische Weichenstellungen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger Deutschlands kaum zu. Die wertvolle Arbeit der Soldatinnen und Soldaten und der vielen motivierten Menschen im Geschäftsbereich muss im Vordergrund stehen. Ich habe mich entschieden, mein Amt zur Verfügung zu stellen. Sie danke allen, die sich jeden Tag für unsere Sicherheit engagieren und wünsche Ihnen von Herzen alles erdenklich Gute für die Zukunft. Eigentlich hätte hier nur noch gefehlt, dass sie, wie an Silvester, sich für die tollen und interessanten Begegnungen bedankt, die Erfahrung, die sie machen durfte. Leider blieb das hier weg. Wer trägt denn jetzt die Schuld an ihrem Rücktritt? All ihre Verfehlungen, die sich aneinandergereiht haben, zuletzt ihr mehr als fragwürdiger Silvesterauftritt? Die Medien sind schuld. Dass man sich so lange auf ihre Person fokussiert hat, das ist der Grund. Sie hatte einen phänomenalen Einstand. Bisher war eine Weihnachtsreise zu einem der Auslandseinsätze der Bundeswehr ein Pflichttermin für die vergangenen Minister. Laut Spiegel hat sie ihren Termin vorgezogen. Sie besuchte vor Weihnachten die deutschen Truppen in Litauen, verabschiedete sich dann in den Weihnachtsurlaub nach Ischgl. Auch die Arbeitsmoral der Ministerin stand massiv in Kritik. Sie soll meist erst um 9 Uhr morgens im Ministerium erschienen sein und bereits nachmittags wieder aus dem Haus. Die von ihren Vorgängern bekannten Truppenbesuche habe sie auch eher gemieden. Einen Besuch der Münchner Sicherheitskonferenz wollte die Ministerin wohl auch absagen. Das Ministerium dementierte das. Sie hatte damals auch um Verständnis für den Mitflug oder die eher Mitflüge ihres Sprösslings gebeten. Sie habe wenig Zeit für ihr Privatleben und insbesondere für Kontakt mit ihrem Sohn auf Sylt. Im Übrigen hat sie das Foto selbst von ihrem Sohn im Hubschrauber gemacht. War mir bisher gar nicht bekannt. Sie zog sogar vor Gericht, um nicht angeben zu müssen, wer das Foto von ihrem Sohn gemacht hat. Sie weigerte sich, die Frage zu beantworten. Das Oberverwaltungsgericht Münster wies ihre Beschwerde gegen das Verwaltungsgericht zurück. Wonach sie Auskunft geben muss, wer das Foto von ihrem Sohn im Regierungshubschrauber schoss. Aus Regierungskreisen hat das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr in Bonn eine Rechnung für den Mitflug gestellt. Demnach soll die Ministerin rund 150 Euro für den Trip gezahlt haben. Zur Einordnung eine Flugstunde mit dem Regierungshubschrauber kostet 5.300 Euro. Fliegt man privat mit vier Personen von Berlin nach Sylt, liegt man bei etwa 10.500 Euro inklusive aller Gebühren. Und das schreibt Business Insider im Mai letzten Jahres. Der Ukrainer hat sie ganze 5000 Helme zur Verfügung gestellt im Kampf gegen den Russen. Dann hat sie den Namen von einem der sechs Generalinspekteure der Bundeswehr vergessen, als sie verkündete, dass Deutschland sich amerikanische F-35-Kampfflugzeuge anschaffen will. Nicht zu vergessen, dass sie mit Pöms in Mali unterwegs war. Zuletzt dann ihre grandiose Neujahrsansprache an Silvester, als sie sich dafür bedankte, dass sie durch den Krieg in der Ukraine interessante und tolle Begegnungen hatte. Während im Hintergrund die Silvesterraketen knallen. Wüsste ich es aktuell noch nicht besser, würde ich sagen, dass das alles nur ein riesiger inszenierter PR-Gag war. Vielleicht sogar ihr gesamtes Ministerdasein. Nach der Helikopternummer hatte sie davon gesprochen, dass die Medien eine Kampagne gegen sie fahren würden. Werte Frau Lambrecht, niemand musste eine Kampagne gegen sie fahren, bei all den Verfehlungen, die sie sich geleistet haben. Wer diese ohnehin schon desolate Bundeswehr so bescheiden offenkundig desinteressiert, ja fast schon würdelos leitet und respektlos dieses Amt bekleidet, der fällt höchstens eine Kampagne gegen sich selbst. Zum Glück werden sie für den Übergang vom Steuerzahler weiterhin fürstlich entlohnt, damit sie ganz weich fallen nach ihrem Rücktritt. Über einen Zeitraum von etwa zwei Jahren erhält sie 227.000 Euro Übergangsgeld. Die ersten drei Monate volles Gehalt, dann halbieren sich die Bezüge. Wie lange diese dann weitergezahlt werden, hängt von der vorherigen Amtszeit ab. Diese werden ihr bis zu zwei Jahre ausgezahlt. Ob ein Minister zurückgetreten ist, spielt dafür übrigens keine Rolle. An anderer Stelle habe ich das mit den ehemaligen Bundespräsidenten schon mal angesprochen, dass diese ebenfalls fürstlich entlohnt werden, mit einem Ruhrgehalt in Höhe ihrer Amtsbezüge bis an ihr Lebensende. Das Video könnt ihr euch hier oben ansehen. Ab dem zweiten Monat werden die Übergangszahlungen mit privaten Einkünften verrechnet, sofern sie privat dazu verdienen sollte, dann sinken ihre Ansprüche. Zusätzlich zu ihrem Übergangsgeld erhält sie eine Pension. Das Ruhrgehalt steht jedem Bundesminister zu, der mindestens vier Jahre Minister oder parlamentarischer Staatssekretär war. Jetzt war Lambrecht nur 13 Monate lang Verteidigungsministerin. Das würde also nicht ausreichen. Seit März 2018 war sie zunächst parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium, dann als Justiz- und später Familienministerin sowie als Verteidigungsministerin tätig. Rechnen wir das alles zusammen, erhält sie mit 67, also in zehn Jahren, eine Pension von 4.660 Euro monatlich. Die Bild spricht davon, dass auch noch ihre Abgeordnetenpension hinzukommen würde von etwa 5.000 Euro. Die Bild-Zeitung spricht von 16.614 Euro Ministergehalt, T-Online von 16.815. Einmal ist die Rede von insgesamt 224.000 Euro Übergangsgeld, dann von 227.000. Der Maximalbetrag für Abgeordnete soll bei einer monatlichen Pension in Höhe von 6.750 Euro liegen. Mögliche Ruhrgehälter als Minister oder Staatssekretär werden damit verrechnet. Mögliche Nebenverdienste zu dieser Zeit dann später nicht. Das schreibt T-Online im Oktober 2021. Im Haushalt sind 2020 mehr als 51 Millionen Euro für Altersentschädigungen an ausgeschiedene Mitglieder des Bundestages eingeplant. 2 Millionen Euro mehr als 2019 und knapp 6 Millionen mehr als noch 2018. Die Abgeordneten zahlen übrigens keinen Cent für ihre eigene Altersvorsorge. Sie werden vom Steuerzahler quasi kostenfrei alimentiert. Durchaus großzügig alimentiert. Karl-Heinz Dehne, der Präsident des Bundes der Steuerzahler sagt, wer exakt wissen will, welche Ansprüche ein deutscher Bundesminister angehäuft hat, muss zunächst mindestens 13 verschiedene Gesetze kennen und vergleichen. Welche Ansprüche sich also genau ergeben, muss hier penibel errechnet werden, beziehungsweise wird es wahrscheinlich gerade errechnet. War jemand vorher Mitglied in einem Landtag, Minister oder eben Staatssekretär? Aus welchem Bundesland kommt der Abgeordnete? Verheiratet oder geschieden? Kinder, wenn ja, wie viele, wie alt sind diese? Mehrfachpensionen sind in den einzelnen Bundesländern auch wieder unterschiedlich geregelt. Im Endeffekt wird nur Frau Lambrecht wahrscheinlich wissen, wie viel Geld sie monatlich tatsächlich vom Steuerzahler erhält zu ihrem Renteneintritt. Es gab in den letzten Jahren häufiger Forderungen von verschiedensten Parteien, es gab auch diverse Zusammenkünfte von unterschiedlichen Abgeordneten aus verschiedenen Parteien, die gefordert haben, dass das Pensionssystem, die Alimentierung von Abgeordneten, nachdem sie aus dem Bundestag ausscheiden oder eben in Rente gehen, dass das neu geregelt werden muss. Da sind sie sich alle einig. Und man ist sich auch einig, dass die nächste Koalition, die nächste Regierung, in der nächsten Legislatur muss das ganz sicher angegangen werden. Schauen wir uns diese Zahlen an. Glaube ich, dass es Frau Lambrecht hier gar nicht so schlecht getroffen hat und wir auch schon einige Zeitungen geschrieben haben, fällt sie nun nach ihrem Rücktritt sehr, sehr weich. Auch hier ist die Forderung vom Bund der Steuerzahler durchaus nachvollziehbar, dass man diese Systeme bearbeiten möchte, denn Abgeordnete, die aus diesen Ämtern oder aus eben dem Amt, aus dem jetzt Frau Lambrecht zurückgetreten ist, dass diese trotzdem ihre vollen Ansprüche behalten, ist ein Unding. In die Politik müsste man gehen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Abonniert gerne den Kanal, lasst einen Kommentar und eine Bewertung da und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut.